Guten Tag, Freunde. Wir beginnen den 10. Urok, Grammatik im Gespräch A1. Heute ist das Präteritum Sein und Haben. Heute bin ich alt. Früher war ich jung. Heute hat er ein Auto. Früher hatte er kein Auto. Heute bin ich reich. Früher war ich arm. Heute haben wir ein Haus. Früher hatten wir kein Haus. Heute habt ihr Geld. Früher hattet ihr kein Geld. Heute hast du eine Familie. Früher hattest du keine Familie. Heute ist sie glücklich. Früher war sie nicht glücklich. Heute hat man ein Handy. Früher hatte man kein Handy. Schade hat es in der Frage. Green Stein 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 Steinzer Stein Stein Ecklin kollidieren und H karaoke. еш 놓 Кор Анf ens like, schade hat es, dort befest du nicht dich.